Ja hallo, meine lieben Zuschauer. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA 5 mit dem Sascha. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und leider sind in der letzten Aufnahme, während der Aufnahme, einfach mal meine Festplatte voll gewesen und ich habe das nicht mitbekommen und habe weitergespielt eine Stunde. Deshalb habe ich einen alten Speicherstand benutzt und bin hier nochmal zurückgekehrt an die Stelle. Ich werde gleich sehen, um was es geht. Gott sei Dank hatte ich noch einen alten Speicherstand. Ich habe locker mal anderthalb Stunden weitergespielt gehabt. Oh, verdammt. Ich denke, wir werden uns herausfinden. Du weißt, wer ich bin? Du weißt, wer ich bin? Du weißt? Nun. Du weißt du weißt? Du weh? Ich denke du weißt. Ja, na gut. Ich weiß wh Madrazo? Good boy. Now, maybe give him a little of a background. Man, Mr. Madrazo... Mr. Madrazo is a legitimate businessman who was wrongfully accused of running a Mexican-American gang and a narcotic ring, but the charges were dropped because of the witnesses came up missing. Smart guy. Now, Michael, I have a question for you. Ouch. Did you prove an architectural, significant, modernist, wonder home down the hillside in Vinewood Hills? I thought the owner was banging my wife. Well, that was a strange house for a tennis coach. I was thinking straight. Clearly. Yeah. Well, Natalia will need a hotel while you finance the rebuild, won't you? Sure. Good. And I'm guessing here that the rebuild will be somewhere in the 2.5 million range. Of course. Great. Hey! Das macht man aber nicht. Ganz schön unhöflich, der Teil hier. Great light! Give the green light! Never better. So what now? Looks like I'm going to have to postpone my retirement. Fuck! Ah man, I'm mortgaged up to my eyeballs. Look, I only know one way to make money. I'm going to have to give an old friend a call. Lester. 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 I'm going to have to track him down. Just give me a little alone time, alright? Alright, Goa. Fuck. Shit. woah Intro Bisschen schlecht gelaunt ist er. Bestanden. I give you green light. Green light. Hallo. Do you know who I am? Do you know who I am? Boah, ernsthaft? Lester, mein Schatz. Ich komme. Lester, Baby. Lester, 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 Lester. Was war das denn? Ich will einen Hubschrauber haben. Yeah, nigga. Ja, ich will einen Hubschrauber. Ja, ich bin ein Hubschrauber. Ja, ich bin ein Hubschrauber. Ich bin in einem Schrauber, Doc. Ich komme bald wieder. Ich binine Hubschrauber. Ich bin ein Hubschrauber. Ich habe aber schon nie maholen. NTT hat So, was läuft denn noch so? Hey, Glaber! Du bist wirklich das spitzende Bild von meinem älteren Bruder! Du bist wirklich das spitzende Bild von meinem alten Bruder! Ich will nur alle meine Kinder gehen zu einem guten Haus! Denkst du, mein Freund! So, dann sind wir schon mal grundausgestattet. ausgestattet. Also wir haben eine Pistole, wir haben eine Schrotflinte und wir haben eine kleine Maschinenpistole. Mit Schalldämpfer. Ja, ich bin eher so der geizige Typ. Ich will zu Beginn da nicht so viel Geld ausgeben, weil ich das alles für die Attentatsmission verwenden will. Weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, als ich in der Aufnahme die nicht aufgenommen hat. Weil da gibt es ja diese drei Attentatsmissionen, da kannst du vorher an der Börse Geld wetten und kannst richtig Schweinegeld mitverdienen. Also ich glaube bis zu 400 Millionen, wenn du das richtig machst mit allen Charakteren. Aber vorher müssen wir diese Mission hier machen, die dann zu einer weiteren Mission führt, mit der wir dann Geld verdienen können. Wenn wir dann Mr. Matrazo abbezahlen können, dann haben wir den erstmal von der Backe. Ka-bum. Verdammt, falsche Seite angefahren. Äh... Kann es sein, dass ich mit dem Audi noch nirgendswo angestoßen bin gerade? Äh, sagte er und knallte im Auto hinten rein. Gut, dann gehen wir mal den alten Lesterboy besuchen. Was für schreckt denn da? Ich glaube den Wagen nehme ich mir nachher. Ich mag ja diese alten... Diese alten, äh, Muscle Cars mag ich ja übelst gerne. Ich weiß nicht, warum ich auch so müde bin. Fuck you, Lester. Fuck you, Lester. Give me a minute. Fuck you, Lester. Fuck you, Lester. Back in the game. Vor allem, ich halte mal nach dem so und erst mal den Trevor frei. Und er hat sich in den USA geholfen. Was? Bei uns aus dem Job? Bei uns kleinen Bisschen von Plastik-Restricted-Axess-Shit? Well, now it's payback time, you lying turd. What the hell are you talking about? You are about to get that white-collar gig that you always dreamed of, Mikey. Here, take this fashionably retro-weird-for-a-45-year-old man, but I cannot let go of the 1980s bag and dress yourself up like a billionaire math genius with low-level Asperger's. You better be ready for the minor glitch of your repulsive pseudo-messianic life. Okay, Lester. Get out of here! Call me when you're ready. We are about to put the Darwinism back in social Darwinism, and brother, it is gonna be fun. You fucking kidding me? I'm a bank robber, not a web designer. So we'll go robbing soon. I'll find something. Just like the old days. ... ... ... ... ... Da müssen wir uns wieder umziehen. Was steht da noch da? Natürlich. Schön matt schwarz. Schönes Auto. Die Supersportler sind so gar nicht mein Ding. Ach ne, jetzt macht das Auto nicht kaputt. Lieber wirklich so einen schönen alten 69er Mustang. Auch die neuen Muscle Cars sind auch in Ordnung. Ich glaube, wenn ich beim GTA Online dann richtig abge... Uah. abgezockt habe als wenn ich heute nicht aussteigen kauf ich mir jeden muskel massel kam muskel kam erholt ich mir jedes masse car wie gesagt die super sportler sind gar nicht so mein ding mal sind schön war aber ich bin mehr echt fan von sowas hier schön neu wie seit neun 60 jahr mustang fastback auch herrlich weil ich hier runterfahren ja genau macht aber kassel geht da mal aus dem weg schleicht er hier die auffahrt runter wo warte mal ist es eigentlich kaprio das ist doch ein kaprio ne anscheinend nicht oder schade also aus ob das ein kaprio wäre so und so aber der andere seite auch noch kaputt gemacht beide scheinwerfer kaputt es ist krank und er mit seinem rucksack Ah, Entschuldigung. Ich habe diese Interviews mit einer technischen Unternehmen. Ich denke, ich brauche etwas, ich weiß nicht, geckig, youthful. Du hast dein Job in der Welt verabschiedet, oder? Das ist zu schlecht. Ich habe nicht verloren, mein Job. Natürlich. Ich bin zu alt, bin ausgesucht. Das Gleiche passiert mit meinem Vater. Jetzt musst du mit einer anderen Generation zusammenfassen. Was über eine Vest und ein paar Cargo-Shorten? Dignität anzunehmen, ich denke, das könnte einfach funktionieren. Good luck at the interview. Bye now. Danke, süße. Danke, süße. Kommt später nochmal vorbei und dann, knick knack. Äh Alter! Nervt mich nicht. Warte mal, geht hier online, die Autos ja nicht kaufen muss. Kannst hier auf der Straße klauen und einfach einen Pilesenter anbringen und dann sind es ja wohl deine. Und eine Versicherung noch abschließen? Achso, verdammt. Falsch gefahren. Wieder steig aus. Ich hoffe, er steht nachher noch da, wenn ich wiederkomme. Life Invader! Hey, hey. Oh, great. Ah, PMs pushen für mehr Funktionalität. Aber wir sind maxed. Ich meine, wenn es nichts ist, müssen wir die Features zu streiten, besonders wenn wir ein fully veröffentlichtes Update ein Jahr späteren. Oh mein, es ist... Ja, du musst, was du musst, du musst. Ich meine, wir sprechen Beta in Q4, vielleicht Q3. Look, Milestones are one thing, but when design is changing its mind seemingly overnight, there's not much you can do about it, you know what I'm saying? My Union Allocated Smokebrick's about up, so... Wait a minute, do I know you? Yeah, I think so. I, I, IT temp, right? Yeah. You know, you gotta do something for me. Ah, you gotta put it in a ticket. Ah, no, I'd like to keep this one out of the database, if you know what I mean. Folge dem Programmierer. I'm totally becoming a tech evangelist when the big boys vest. Maybe not even tech, I'll evangelize anything. Hi. Oh, hi. Chill out on the beanbag, Marcus will be right out. Oh, um, I'm gonna take a normal chair, I have a terrible back. Here you go. If you guys let me use the OS I requested, this wouldn't be a problem. Ah, you've been added on this PC. Ah, got any antivirus software? I think so, behind this junk on the left. Clicked an NSFW link, bro, bit me on the ass. Yeah, not safe for work, huh? You know, my son's computer runs into the same kind of problems. I'll close the pop-ups, see what I can do. Your son's codes? Start them early, bro. You write your best stuff in your tweens. And we scan. There it goes. I bother. I mean, I'll see. I can do it by the way. You say it by the way. I can do it for you, I can do it. Das ist ein bisschen da drin! Oh, schön! Ja, duud. Natürlich, duud. Du, 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 beatbox. Okay, folgt. Einige A-Hole trank meine Haltmilch. Es gab eine total nicht-pastige Reaktion. Schau dir Zeit, um zu e-mailen zu dem D-HR-Aberstift. Hey Michael, warte mal, warte mal, warte mal. Ich habe dich verletzt! Lester, das Ding ist im Prototyp. Ich gehe nach Hause, um das Kino zu sehen. T-Bag-Zeit, mein Freund! Lester, hörst du mich? Habt ihr das Spiel? Ja, ja, sorry, phone ist rigged. Was ist dein Problem? Du möchtest? Sie sind alle gleiche. Besides, du kennst mich. Ich bin ein Movie Guy. Klassik Vinewood. Klassik Vinewood in den 30 Jahren, jetzt sind es nur Super-Heroes, Romantik-Comedies, und Remakes, none of which interessiert mich. Hey, ich glaube, dieses Land kann trotzdem machen interessanten Filme. Es gibt keine bessere Weise zu definieren, als eine 2-Hour-Plot, in der der Hero sieht gut und schlägt evil. Ja, was auch immer du sagst, entschuldige es gestern. Auf jeden Fall, kenne einfach das System, nachdem er es eröffnet hat, und dann sprechen wir. Oh my god, you guys are so lame. No, I'm watching fame or shame. The fucking tits. Give it up. Shit. You guys are going to the final. Mind's on fire. What a talent. I've never seen someone set fire to their crotch before. Fantastic. Fantastic. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Jay Norris to the stage. Hey, this company has come a long way since we started it in my parents' pool house in East Careway. Today, you're about to witness a new phase. Full on, weapons grade, red alert, world domination. Wie subtil der das sagt, ey. Das ist jung, definitiv. Das ist revolutionär. Das ist revolutionär. Today, right here, we are about to make the next step. Prepare to witness the future. The future. Go, 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 go. The life invader mobile device. Yes, we've invented something no one else has ever thought of. A small, personal, computerized device. Now you're going to be able to stay. Huh. Hold on a second. I think someone's trying to talk with me. Hello? Kaboom. Jawoll. Was? Damit hast du nicht gerechnet, oder Michael? Freundschaftsanfrage? Gut, aber wir machen Pause, weil 20 Minuten sind schon länger um, wenn es euch gefallen hat. Daumen nach oben, wenn nicht, schreibt es mir in die Kommentare und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Grand Theft Auto 5 mit mit dem Sascha. Dankeschön, bis morgen, ciao.